Die Toshiba Corporation, gelistet im Nikkei 225, ist ein internationaler Technologiekonzern mit Hauptsitz in der japanischen Hauptstadt Tokio. Das Unternehmen ist der siebtgrößte Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten weltweit. Geschichte Toshiba entstand 1939 aus dem Zusammenschluss von Tanaka Hiseshiges 1875 gegründetem Elektrotechnikunternehmen Shiboura Saisaku SHO und dem von Ujoka Ishaesuke und Miyoshi Shouhi gegründeten Konsumgüterhersteller Tokio Denki. Das neue Unternehmen hieß Tokio Shiboura Denki wurde aber vor allem unter dem Namenskürzel Toshiba bekannt. Erst 1978 wurde dies der offizielle Firmenname, TO bedeutet Osten und Shiba bedeutet Rasen und leitet sich vom Ortsnamen Shiboura ab. Das Unternehmen expandierte sowohl durch eigenes Wachstum als auch durch Akquisitionen, unter anderem im Bereich der Schwerindustrie in den 1940ern und 1950ern. Später wurden wichtige Tochtergesellschaften gegründet, wie zum Beispiel Toshiba EMI, Toshiba Electrical Equipment, Toshiba Chemical, Toshiba Lighting and Technology und Toshiba Carrier Corporation. Am 28. Dezember 1970 begann Toshiba mit dem Bau von Block 3 des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi, in dem sich infolge eines Erdbebens und nachfolgender Tsunamis nach einem Strom- und Kühlungsausfall am 14. März 2011 eine Explosion ereignete. Die Ereignisse führten zu einer Unfallserie mit mehreren Kernschmelzen, bei der die Reaktorblöcke 1 bis 4 zerstört und erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt wurden. 1997 startete Toshiba mit Equium-Baureihe einen zweiten Versuch im Bereich der Desktop-Computer in den USA Fuß zu fassen. 2004 gründete man gemeinsam mit Samsung das Joint Venture Toshiba Samsung Storage Technology. Am 6. Februar 2006 kaufte das Unternehmen für 5,4 Milliarden US-Dollar die nukleare Sparte von Westinghouse in den Vereinigten Staaten, die sich seit 1998 im Besitz der British Nuclear Fuels PLC befand und ist damit Weltmarktführer im Nukleargeschäft. Unternehmensleiter Norio Sasaki erklärte Mitte April 2011, Kernenergie bleibe eine starke Alternative und sei gegenüber anderen Energiequellen leicht im Vorteil. Sogar dann, wenn man davon ausgehe, dass hypothetisch alle 30 Jahre ein Unfall passiert und man die Kosten in Betracht nehme, die durch den Austritt von Radioaktivität entstehen, müsse man dem die Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen gegenüberstellen. Mitte 2015 wurde bekannt, dass Toshiba systematisch zu hohe Gewinne ausgewiesen hatte. Daraufhin traten mehrere Top-Manager zurück, darunter der Chefes Autanaka. Im Dezember 2015 meldete Toshiba, dass nach einem Milliardenverlust fast 7.000 Arbeitsplätze gestrichen werden müssen. Im ersten Quartal 2016 verkaufte Toshiba die Medizingeräte Sparte Toshiba Medical Systems Corporation an Kennen. Die Hausgeräte Sparte Toshiba Lifestyle Products und Amp Services Corporation wurde im ersten Quartal 2016 zu 80. 1% von der chinesischen Midea Group übernommen, die für 40 Jahre auch die Lizenz zur Produktion unter der Marke Toshiba erhielt. Gliederung des Konzerns der Jahresabschluss 2007 nennt weltweit 672 Teil- oder vollkonsolidierte Tochterfirmen der Toshiba Corporation. Der Konzern gliedert sich in folgende Sparten. Digital Products Group mit den Bereichen Mobilkommunikation, Digitale Medien, Personalkomputer, Netzwerke, Electronic Devices und Amp Components Group mit den Bereichen Halbleiter und Anzeigegeräte. Infrastructure Systems Group mit den Bereichen Energietechnik, Industriesysteme und Sozialinfrastruktur. Zusätzlich zum Mutterkonzern sind folgende Töchterbörsen notiert. Nishishiba Electric Co., LTD Shibora Mechatronics Corporation, Topcon Corporation, Toshiba Ceramics Co., LTD Toshiba Meschinko, LTD Toshiba Plant Systems und Amp Services Corporation, Toshiba Tech Corporation, Toshiba in Deutschland. Die europäische Hauptverwaltung für den Bereich der IT-Consumer Bürokommunikation ist die Toshiba Europe GmbH mit Sitz in Neuss. Außerdem ist dort die Verwaltung der Produktbereiche Computersysteme, Projektoren, Speichermedien und Unterhaltungselektronik untergebracht. Halbleiter und elektronische Bauelemente werden von Düsseldorf aus verwaltet. In Braunschweig befand sich ein entsprechendes Produktionswerk für Leistungshalbleiter, welches 2007 geschlossen wurde. In Regensburg gibt es die TRO, die früher dort Notebooks der gehobenen Preisklassen und Bauteile für PCS herstellte und seit 1. Januar 2008 als Logistikzentrum für die EMIA-Region fungiert. In Krefeld befindet sich die Deutschlandzentrale von Teres, der Sparte für Kassen, Ident und Drucksysteme. Teres firmierte ehemals als Toshiba Tech Europe bzw. Tech. Seit der Übernahme der Westinghouse Nuclear ist Toshiba auch Eigentümer der Westinghouse Electric Germany GmbH in Mannheim. Sonstiges Die Marke Toshiba führte in der belgischen Politik zu dem feststehenden Begriff Toshiba Boys. Diesen Namen erhielten die damaligen Berater des Ministers für Institutionelle Reformen Jean L. Lucide Hene. Die Ende der 1980er Jahre anhand der ersten Toshiba Notebooks, die sie bequem zu den Verhandlungen zwischen Flamen und Wallonen im Rahmen der dritten belgischen Staatsreform mitnehmen konnten, komplizierte Finanzsimulationen erstellten und aufgrund dieser das Sondergesetz zur Finanzierung der Gemeinschaften und Regionen ausarbeiteten. Die Marke Toshiba Die Marke Toshiba Gem einen Wer Haß Du W Wie Wie